Okay, die meisten Songs sind irgendwie zäh, weil man hat irgendwas, was einem zu pflegt und der Rest ist Arbeit. Und manchmal kommt so ein Song um die Ecke, der ist dann komplett da, oder hat er ein komplett... Sollte aber Vergnügen sein, oder? Ist auch Vergnügen, aber... Zeig, toll! Der hier auf jeden Fall, der kam hier irgendwann, während ich am Zeugnis irgendwas total langweiliges... Am Zeugnis, also am Komplett der Zeugnisse geschrieben hab und plötzlich kam der Song um die Ecke. Ich hab dann keine Zeugnisse mehr geschrieben, sondern den schnell aufgenommen. So wie ihr ihn jetzt hört, der war irgendwie komplett baff im Abkopf. Heißt auch, wie da, wo er herkommt. Von Hall of the Silence. Ja, wo er herkommt. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Das war die Ecke. Eis. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. No worries and no doubts Just enjoy the grace that we can end around Sitting in my room all by myself Out of silence in my head Makes me feel empty Like a dusty poker shelf But from out of the silence The mule rushes in Bring me a song for me to sing So I go Yeah, baby! Hey, danke! So musst du aber gar nicht filmen eigentlich. Vor allem hab ich das Gefühl, du hast meine klassische Nase, volle Profil. Aber die kannst du wegretuschieren dann, oder? Kriegen wir hier nicht. Au.